ja 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 vernichten sie so ein bisschen überfahren hier bestätigt so wichtig ist jetzt gott das will dass wir noch mal weiter raketen paris die werden nämlich auch noch mal kommen jetzt gerade immer ein bisschen übertrieben werden kraftwerk haben wir genug dann stellungen angegriffen okay kurz mal hin abgeschlossen wie wenn man weiter hier noch mal wieder hinbauen dann brauchen wir dieses aus sammler haben wir gerade sowohl eine da als auch da okay dann brauchen wir was wir brauchen sind die zentrum brauchen wir gefechtsstand kraftwerk reparieren reicht noch mal hier übertreibung so ok kraftwerk so ok wird gebaut ziel bestätigt hat zur division ausprobieren hier hin also bevor es vernichtet wird wird gebaut so ok schnell hier rüberfahren überfahren 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 und hier hin so hauptgebäude mal gucken was repariert werden muss unsere basis wird angegriffen ungeeigneter bauplatz sammler wird angegriffen sammler wird angegriffen auf empfang finde ich schon wieder geil so sehr sammler kommt wieder hier runter so unsere basis wird angegriffen wird gebaut ok wir haben es momentan kommen wir ein bisschen voran ich fiel aber wir kommen ein bisschen voran dann was wollten wir machen wir wollten einen gefechtsstand so dann dann haben wir keine gelben Mutter Truppentransporter kann mal kurz hier hin zur Reparatur vorsicht 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 die sammler sehen zwar nicht so prickelnd aus aber besser als nix da stört es mich immer noch da brauche ich vor allem die dann der gefechtsstand und technologie zu dann raketen bereit auf empfang so sind bereit pötter wovon diesmal einmal zweimal dann wo haben wir WMT erwartet befehle wir kommen komm hierher WMT ich hab keinen Bock hin zu verlieren zum angriff ok wo hast du jetzt schon wieder feindliche Einheiten so du ziehst Richtung Norden komm ost nicht geh lieber Richtung Süden du geh zurück hier zieht man ein bisschen rein dafür haben wir die Menschen ja die haben auch Menschenleiter die bisschen bisschen ungeeignet dafür sind not buggy die Dinger werden immer noch repariert ok wow übertreiber ein ton wurde schon zerstört macht sie fertig halte durch über hat überhaupt kein geld wir werden so vielen sachen gerade irgendwie rum hantieren bau unterbrochen so technologiezentrum ist so verdammt teuer aber wenn wir einen Mammut auf jeder Seite haben dann da bringt schon mal was zumindest ein Mammut auf der Seite wo war feindliche Einheiten in sich unsere Basis wird angegriffen wird repariert bau abgeschlossen Einheit wird angegriffen so so ooooh wird repariert erwarten Befehle was ist denn das für ein Fahrzeug bitteschön ziel bestätigt ziel bestätigt ziel bestätigt ziel bestätigt ziel ach gott das wird ok wird gebaut unsere Basis wird angegriffen wird repariert Einheit wird angegriffen Einheit befördert Einheit befördert Teichzentrum Drei Bauoptionen dann anschließend Bau abgeschlossen die haben zur verfügung wir brauchen zu ein bisschen da brauche ich Geld für ähm das ist blöd wie den Einheiten wir brauchen wir brauchen upgrade und zack ok wie sieht's aus mit Reparatur wird repariert ja eindeutig wird repariert feindliche Einheiten in sich und unsere Basis wird ja jetzt heißt das soviel wir das brauchen boah schon wieder eine gute Einheit hier verloren geht dadurch dafür brauche ich die Raketen Leute oder die gleich da doch aus Oh Gott jetzt kommen sie zu Neuraden wird superiert wird superiert nachladen länger mit ihnen boah unsere Basis wird angegriffen Mammut einsatzbereit so raketenbereit die sind ein bisschen übertreibbar die sind ein bisschen zu sehr übertreibbar Tiberium fällt abgebaut ja ich weiß Systeme bereit Lade bereit Sammler wird angegriffen haben die Laser upgrades oder was Ja Sir jetzt brauche ich Raketen Buggys unsere Basis wird angegriffen Ausbildung Luke geschlossen Verstanden Commander Einheit wird angegriffen Hilfvolles einsatzbereit Auf zur Frost Einheit Verlurung Okay Unaufhaltsam Ja 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 Wird repariert Völlige Überlegenheit Ja Sir Boah Sammler wird angegriffen unsere Basis wird angegriffen Paketentropp einsatzbereit Ausbilden So Einheit wird angegriffen Ausbilden Wir können gegen Flugeinheiten nichts machen Das ist noch ein großes Problem Ja Sir Doch Reparieren Wird repariert Mammutpanzer bereit So ein bisschen hier inpacken Funktionieren die Luftschäden? Okay Hier ein bisschen Momentan wir bräuchten wirklich eine Stellung müssten was wir mal zerstören Völlige Überlegenheit Weil die dauernd mit irgendwelchen Einheiten ankommen Aber wir haben keine Einheiten dafür Ganz ehrlich Feindliche Einheiten in sich Erntevorgang läuft Einheit wird angegriffen Meine Befehle Ich Boah Einheit wird angegriffen Ja Sir Wird angegriffen Boah Ich komme Mammutrückt vor Sturz Einheit geordnet Einheit wird angegriffen Boah Sammler wird angegriffen Wird repariert Wird repariert Das ist das größte Problem Diese komischen Die scheiß Step Einheiten Wird repariert Wird repariert Das ist mein Ideal Wären ja Menschen dagegen Aber Unsere Basis Wir haben bereit Wir haben noch keinerlei Haben wir jetzt wieder nur noch ein Panzer Äh, eins Ein Sammler Wir haben wieder nur ein Sammler Mit einem Sammler haben wir wieder so gut wie verloren Mit einem Sammler haben wir wieder so gut wie verloren Mit einem Sammler haben wir wieder so gut wie verloren Sehe ich jetzt schon Ähm wir müssten relativ früh dann die base noch mal vernichten weil die skoda kommt dort fahrzeuge her und bringt mich überlegt ob das sich dann am meisten bringen würde wieder auf menschen zu gehen ja da wird war auch der letzte sammler weg damit haben wir es nicht geschafft dieses beim nächsten mal wieder bis dann so willkommen zurück und ich komme gleich mit der nachricht wir brauchen sie los das finde ich schon mal geil nämlich wir probieren es ist aus was unbedingt probieren wollte so du fährst oben hin und infanterie trupps habe ich die planung dass wir vielleicht die hier sammeln könnten so in der zeit muss ich mich ein bisschen um die basis kommen ich weiß gar nicht was das alles war hier hatten wir auf jeden fall probleme gehabt wegen den anräumenden fahrzeugen genau da brauche ich kurz mal euch weil da die ganzen tarnfahrzeuge kommen die zwar wohlgemerkt so jetzt gucken wir runter wir haben von der seite kommt stimmt ja kommt ja immer mehr da muss man ein bisschen hier gegen wirken immer weiter truppen immer weiter truppen so wir brauchen den bmt auf jeden fall weil wir sonst alles verlieren das ist das was ich noch mehr befürchtet habe die machen meine ganzen trupps jetzt und jetzt frage ich mich warum habe ich jetzt auf einmal unzureichende bitte wir gehen weiter runter so wichtig ist nämlich dass wir ein bisschen hier vorkehrungen machen genau gegen die hier so und weiter infanterie trupps das mbf ist leicht beschädigt jetzt sind sie es vor weiteren angriffen unzureichende feindliche einheitliche einheit das mbf ist schwer beschädigt schicken sie sofort unterstützung angegriffen sammler wird angegriffen einheit wird angegriffen so ihr kümmert euch mal um die hier so hier rein mit euer mbf das ist gut der zustand des mbf ist kritisch es zerstört werden gescheitert ja 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 ist okay hallo ich will zum nü so So.